Canon G5X Mark II. Ich war jetzt ein paar Wochen mit dem Schmuckstück unterwegs und ich sage einfach mal so, es ist die derzeit beste Kompaktkamera auf dem Markt, wenn du hauptsächlich fotografierst. Video kann die Kamera natürlich auch. Maximal 4K in 30mm in NTSF und in PAL eben 25mm. Du siehst jetzt 4K 25mm. Mikrofoneingang hat sie keinen, deshalb hörst du jetzt gerade den internen Ton. Was will man machen? Aber ich finde das gar nicht so schlecht. In Full HD schafft sie 120 Bilder die Sekunde in NTSF und eben 100 Bilder in PAL. Nachteil in der Zeitlupe, du hast keinen Ton und auch keinen Autofokus. Müsstest du es haben, musst du in 60 Bilder die Sekunde in Full HD filmen. Aber generell ist der Autofokus eh nicht so toll. Wenn ich jetzt einfach mal weg filme, dann dauert es ziemlich lang, bis sie sich darauf einstellt. Also ziemlich träge. Kennt man von der G7X Mark III schon. Und wenn ich zurück zu mir filme, jetzt hat sie mich gar nicht eingeloggt, die Gesichtserkennung. Muss ich mal gucken. Und ich weiß auch nicht, ob ich scharf bin. Den sieht man so schlecht auf dem kleinen Display. Deshalb empfehle ich eigentlich echt immer manuell zu fokussieren. Das geht dank Fokus-Peaking ja ganz gut. Jetzt hat er mich erkannt und ich müsste jetzt eigentlich auch wieder scharf sein. Aber es ist immer ein bisschen Glücksspiel. Deshalb, wie gesagt, manuell fokussieren. Anderer Nachteil in 4K, die Kamera überhitzt sehr schnell. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ich glaube 12-13 Minuten schafft sie unter optimalen Bedingungen, wenn sie einfach nur da steht und nichts stabilisieren muss und sonst nichts rechnen muss. Na gut, aber ich habe es ja schon gesagt, das ist primär eine Fotokamera. Genau, primär eine Fotokamera. Deshalb möchte ich auch gar nicht mehr viel zu Videos sagen. Aber eine Sache noch, das heißt NTSC, nicht NTSF. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Abkürzung für Never the Same Color. Umstellen tut man das unter Setup 3 Videosystem für NTSC und für PAL. Natürlich kann die Kamera noch ein paar anderen Videos schnickschnack. Zu erwähnen wäre vielleicht der Sternzeitraffer. Den gibt es in verschiedenen Stufen. Und es gibt auch einen Modus von ganz normalen Zeitraffer. Die Sache mit dem Fokus hast du gerade ja im Video schon gesehen. Also mein Gesicht war nicht so immer richtig gut fokussiert. Bei Einzelbildern ist es auch nicht so schlimm. Bei Serienbild ist ein bisschen doof, weil der Nachführautofokus, heißt Servo bei Canon, nicht funktioniert, wenn du Gesichtserkennung und Verfolgung anhast, sondern nur bei Spot AF oder Einzelfeld AF. Das Nachführen des Fokuses funktioniert dann auch ganz gut. Aber wenn du jetzt, was weiß ich, deine Kinder beim Fußball oder so tracken möchtest und eben den Fokus nachführen möchtest, dann funktioniert es eben nicht. Außer du bleibst eben die ganze Zeit im Fokusfeld drin, weil das Fokusfeld eben nicht die Kinder verfolgen kann. Aber generell für so normale Urlaubssituationen, wo ja so eine Kamera eigentlich dafür gedacht ist, reicht der Autofokus vollkommen aus für Fotos und bei Videos eben manuell fokussieren. Zu manuell fokussieren vielleicht noch eine Sache. Man kann es so konfigurieren, dass man mit dem Drehrad vorne den Fokus verstellen kann, allerdings nicht im manuellen Modus. Denn im manuellen Modus hast du vorne die, Moment, was war es? Die Blende, glaube ich, hast du vorne im manuellen Modus. Genau, die Blende hast du im manuellen Modus und hier hinten auf dem Drehrad hast du eben die Belichtungszeit, sodass es ganz doof ist. Über die Wippe muss man dann manuell fokussieren. Also man kann hier hochdrücken und hier runterdrücken, um den Fokus zu ändern. Das ist wirklich doof und umständlich. Aber wie gesagt, in einem anderen Modi geht es. Da hast du dann vorne den Fokus und hinten eben die Funktion. Also wenn du jetzt eine Blendenpriorität bist, hast du da hinten die Blende und da vorne den Fokus. Und wenn wir die Kamera eh schon hier haben, können wir sie uns auch direkt mal angucken. Größter Vorteil der Kamera natürlich die Größe. Sie ist nicht klein, sie geht mit Mühe und Not aber noch in so eine Hülle hier rein. Da muss man schon ein bisschen drücken, dass es geht. Und ja, aber geht und der Reißverschluss geht auch zu. So, drin und damit passt sie auch in die Hosentasche. Natürlich ist es kein Dauerzustand, das Ding in der Hosentasche zu lassen, aber immerhin, gerade ich merke das, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin oder auch generell, wenn man einfach mal zwei Hände braucht, die Kamera in die Tasche schieben. Das geht mit so einer M100 oder sowas, die auch schon ziemlich klein ist, geht es aber nicht. Also großer Vorteil. Und was man da in der Tasche hat, ist ja auch nicht schlecht. Ein 1 Zoll Sensor, Grobfaktor 2,7 irgendwas und das absolute Alleinstellungsmerkmal, das Objektiv. Da steht drauf 8,8 bis 44 Millimeter. Rechnen wir das um auf das Vollformat, dann sind es 24 bis 120 Millimeter mit einer Offenblende von 1,8 im Weitwinkel und 2,8 im Telebereich. Und damit kann man wirklich was anfangen. Super universell einfach, diese Brennweite und die Lichtstärke ist natürlich auch super. Sehr gut auch, es gibt einen integrierten ND-Filter, sodass man auch ohne weiteres Zubehör länger belichten kann. Das funktioniert bei Fotos und auch bei Videos. Ein Touchscreen hat die Kamera Canon typisch natürlich auch. Kann man 180 Grad nach oben klappen und 45 Grad nach unten. Außerdem gibt es einen Ausklapp-Sucher und dazu Touch-and-Track AF. Das heißt, wenn man durch den Sucher guckt, oder ich muss mit dem Auge gucken, dass ich ein bisschen doof, weil ich ein Linksauge bin, dann kann ich mit dem Finger auf dem Display den Fokuspunkt verschieben. Das ist absolut super. Dann haben wir da oben noch einen Ausschalter, Zoom-Hebel, Auslöser, Moduswahlrad. Leider gibt es keinen FV-Modus, die flexible Automatik. Die fällt hier. Falls Sie wissen, was ich weiß, ich habe da mal ein ganzes Video dazu gemacht. Aber hier auf dem Moduswahlrad sehe ich ja, was alles drauf ist. Die ganzen Klassiker Automatik-Modus. P-A-S-M oder T-V-A-V heißt es ja bei Canon. Videomodus und dann noch so ein bisschen Schnickschnack. Unter dem Moduswahlrad gibt es noch ein extra Rad für die Belichtungskorrektur. Das ist super angenehm, weil eben auch die Kamera so gut in der Hand liegt. Also man hat direkt hier den Daumen immer dran. Kann man schön drehen. Belichtungskorrektur. Man hat da vorne einen richtig guten, angenehmen Griff. Also für diese Größe liegt die Kamera unglaublich gut in der Hand. Da hinten kann man einen Daumen noch ablegen und dann eben die Drehräder drehen. Hier hinten haben wir auch noch ein Drehrad und eben vier Knöpfe. Und um das Drehrad herum gibt es auch noch Knöpfe und mittendrin eben ein Knopf, um das Q-Menü aufzurufen. Dann haben wir auf der Seite noch einen Knopf, um die Wireless-Funktion zu aktivieren. Wir haben einen USB-C-Anschluss. Damit kann man die Kamera auch laden und betreiben. Man braucht allerdings ein Ladegerät oder eine Powerbank, die Power Delivery unterstützt. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht. Kannst da oben nachgucken. Einen HDMI-Ausgang haben wir auch noch. Und auf der anderen Seite gibt es hier keine Anschlüsse, weil eben hier der Schalter für den Sucher ist. Vorne haben wir das Drehrad ums Objektiv. Habe ich auch schon vorhin gezeigt. Und unten haben wir natürlich noch einmal ein Stativgewinde, Akku und Speicherkarte. Alles in allem also eine gute Kamera, die sich hochwertig anfühlt, die gut in der Hand liegt und die sich gut bedienen lässt. Einzig vielleicht da vorne der Objektivring. Erstens klickt er, das lässt sich nicht ausschalten. Und zweitens finde ich, dass er ein bisschen billiger wirkt als der Rest des Gehäuses. Generell ist es so mit Gummi überzogen, komplett rundherum, was den guten Grip unterstützt. Leider hat die Kamera aber auch das Wasserwagen-Problem, wie alle anderen neuen Kameras. Die Wasserwaage geht nicht, wenn du Gesichtserkennung und Verfolgung an hast. Sie geht auch nicht im Panoramamodus, weshalb ich ständig schiefe Panoramas mache. Immerhin hat die einen Panoramamodus, das gab es ja eine Zeit lang. Bei Canon auch nicht. Aber trotzdem ist es doof. Du hast die Wasserwaage an und sobald du den Auslöser drückst, geht sie aus. Genauso beim Filmen geht die Wasserwaage auch aus, sodass man eben gucken muss, dass man sich irgendwo anders orientiert. Weitere interessante Features, die die Kamera hat, wäre Fokus-Bracketing. Natürlich gibt es auch ein Exposure-Bracketing. Dann gibt es auch hier den Raw-Burst-Modus, wo du bis zu 30 Sekunden schießen kannst. In Raw tatsächlich. Das kannst du sogar so einstellen, dass du eine halbe Sekunde Vorlauf hast, dass du also wirklich genau den Moment abpassen kannst, den du eben fotografieren willst. Auch gut ist die Steuerung der ISO-Automatik. Da kannst du Tendenzen angeben, ob eher die Belichtungszeit verlängert werden soll oder die ISO-Empfindlichkeit erhöht werden soll. Oder du kannst sogar fix eine Belichtungszeit einstellen, die nicht überschritten werden darf. Sehr gut gelöst, ganz einfach und wirklich oft nützlich. Schnickschlag, habe ich schon gesagt, erwähnenswert, wäre vielleicht handgehalten bei Nacht. Das ist ja eine Kompaktkamera, da geht es ja darum, mit möglichst wenig Gepäck unterwegs zu sein. Funktioniert auch sehr gut, dieser Modus. Aber natürlich kann man auch mit Stativ arbeiten. Ich habe manchmal so einen kleinen Gorillapot dabei. Der macht das Gepäck zwar schon deutlich größer als die Kamera alleine, aber es ist immer noch machbar, sage ich mal. Ja, alles in allem, was soll ich sagen, Canon hat wirklich vieles richtig gemacht bei der Kamera. Gerade das Objektiv mit dieser Lichtstärke finde ich einfach genial, weil man es schön freistellen kann. In jeder Brennweite, man ist universell unterwegs mit der Brennweite. Du siehst ja hier einmal 24 Millimeter und einmal die 120 Millimeter, jetzt äquivalent zum Kleinbildformat. Also damit kann man schon was anfangen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass sich das Q-Menü nicht konfigurieren lässt. Gilt aber irgendwie für alle neuen Canon Kameras. Und aktuell kostet das Ding über 900 Euro. Das ist schon ganz schön viel. Okay, sie ist eigentlich konkurrenzlos mit diesem Objektiv. Es gibt nichts, was da mithalten kann. Die G7X Mark II oder die G7X Mark III hat weniger Brennweite und auch nicht so viel Schärfe wie die hier im Weitwinkel. Ein bisschen kleiner, hat aber keinen Sucher. Also ich habe es ja schon gesagt, wenn es um Fotografieren geht, würde ich die G5X Mark II empfehlen, weil es einfach für mich tatsächlich die beste Kompaktkamera ist, die es momentan auf dem Markt gibt. Sony hätte die RX 103, könnte man vergleichen. Die wäre deutlich billiger, hätte eine Sucher, hat aber nur 24 bis 70 Millimeter, aber dann eben auch 1,8 bis 2,8 Brennweite. Und die RX 106 und 7 haben keinen ND-Filter, haben weniger Lichtstärke, dafür ein bisschen mehr Brennweite. Und sind eigentlich nicht günstiger, sondern teurer. Also zum Fotografieren finde ich deshalb immer noch die hier besser. Ja, ich empfehle sie für Fotografen, allerdings nur dann, wenn es die einzige Kamera ist. Ich würde sie jetzt nicht zu einer großen, spiegellosen Kamera oder auch, was weiß ich, zu einer M100, da ist sie einfach zu teuer. Da würde ich lieber ein Smartphone nehmen und dann in den sauren Apfel beißen und die größere Kamera mitnehmen, wenn sie gebraucht wird. Aber wenn es für dich die einzige Kamera sein soll, und ich weiß, es gibt viele Menschen da draußen, die wirklich gerade im Urlaub, wenn sie unterwegs sind und so, einfach schöne Bilder machen wollen und nicht viel schleppen wollen, kein Objektiv wechseln wollen, da ist die Kamera wirklich, wirklich gut und empfehlenswert. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Kommentiere unten drunter mal, wer die G5X mag, zwei was für dich oder nicht und für welchen Einsatz vor allem. Ich habe auch eine komplette Playlist zur G5X, da sind auch noch ein paar zur alten G5X drin, die verlinke ich dir hier. Hier kannst du mein letztes Video angucken und geradezu kennen kommt bei mir immer mal wieder was, deshalb nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Man sieht sich. Bis dann. Ciao.